Warum ein Coaching für dich ganz gut sein kann und was einen wahren Coach oder eine Coachin ausmacht, ja, das würde ich heute gerne mit dir besprechen in diesem wundervollen Podcast. Du bist Liebe, der Podcast mit Herz und Humor. Mein Name ist Timo Posowert, ich bin Persönlichkeitsentwicklungscoach und natürlich auch für Fülle, Berufung und Spiritualität. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber ich dachte mir, Podcast geht immer und es ist ja nicht immer alles perfekt und das darf man auch gerne mal als Coach zeigen, dass man ja manchmal auch mit den Kräften so ein bisschen zu kämpfen hat. Ja, ein Coaching. In der heutigen Zeit ist es so ein bisschen verrufen, weil jeder Mensch Coach ist und jeder Mensch auch so eine Coaching-Karriere irgendwie anvisiert, weil man halt sehr frei sein kann. Man kann das machen, was man liebt oder vielleicht auch nur das, was einem schnell Geld bringt in mancher Hinsicht, was natürlich nicht der erste Grund sein sollte, wieso man sowas macht. Aber was bringt dir denn ein Coaching überhaupt? Also es gibt so viele zahlreiche Coachings, dass ich dir gar nicht alles im Einzelnen sagen kann. Ich kann jetzt mal von mir sprechen und von denen, die ich selbst schon miterlebt habe. Manche Coachings sind für dich einfach nur eine Lernthematik. Eine Lernthematik, dass du das alles nicht brauchst und eigentlich schon das ganze Wissen in dir hast, das vom Außen einfach nur nochmal gespiegelt bekommst. Das heißt, du bekommst mehr Selbstvertrauen. Du beginnst mehr an dich selbst zu glauben und siehst, dass manche Experten keine Experten für dich sind, weil du selbst das Wissen ja schon in dir trägst, ohne überhaupt studiert zu haben oder irgendetwas anderes. Hier kommt es natürlich immer auf das Themenfeld an. Und gerade im Coaching-Bereich schimpfen sich ja viele Menschen Experten. Ich würde mich da immer von abwenden. Ich sage immer, meine Spezialgebiete sind selbst die Bildung, das innere Kind und die Berufung, weil ich mich damit halt sehr viel auseinandergesetzt habe. Ich könnte jetzt auch Paartherapie anbieten oder Kindertherapie, was ich im Einzelnen auch manchmal tue. Aber das ist nicht der Hauptfokus, zumindest noch nicht jetzt. Also es gibt diese Spiegelung. Die Spiegelung, die dir zeigt, eigentlich trägst du all das, was dir dort gezeigt wird, schon in dir. Und es wird dich aufmuntern. Du solltest dann auch nicht sagen, boah, jetzt habe ich da so viel Geld reingesteckt und es hat mir gar nichts gebracht, sondern nimm es als Lernaufgabe mit, dass du dich nicht von jedem Fangspruch oder so erwischen lassen sollst. Das heißt ja, dass du dir selbst noch nicht genug bewusst warst, dass du das kannst. Also hat es ja schon einen schönen Effekt gehabt. Dann gibt es diejenigen, wo du erwartest. Und das ist in einem Coaching ganz falsch. Denn ein Coach, der handelt nicht für dich, sondern er gibt dir vor und begleitet dich. Gerade in der Persönlichkeitsarbeit ist es so wichtig, dass man versteht, wenn man zum Beispiel mit mir arbeitet, habe ich viel Arbeit mit Auswertung und Gründe, Ergründung und natürlich auch Hintergrundsinformationen, die du von mir bekommst und Arbeitsweisen. Aber die Hauptaufgabe liegt, dass du handeln musst. Du musst tun, du musst die Veränderungen wollen und vor allem musst du auch dein Ziel erreichen wollen. Du darfst niemals erwarten, dass ich für dich dein Ziel erreiche. Wenn du also mehr Selbstliebe haben möchtest, sagst du nicht, Timo, mach mal Abra Kadabra. Nee, der Timo gibt dir die richtigen Werkzeuge und dann kannst du mehr Selbstliebe erreichen. Weil nur so der Seelenprozess befriedigt werden kann, indem du selbst handelst. Alles andere wäre Manipulation und Manipulation ist nicht das, wofür ich stehe. Dann haben wir noch den dritten Part. Und jetzt kommt es auch in die Arbeit mit mir. Wir haben das Personal Coaching. Und im Gegensatz zu den ganzen anderen, oder sagen wir zu 90% verbreiteten Coachings, die wo alle nach Schema F laufen, ist das Personal Coaching etwas rein Persönliches. Personal Leben. Das Personal Coaching ist so auf dich abgestimmt, dass man jede Blockade von dir erfasst, mit dir erarbeitet. Du darfst sie lösen. Dass man jeden Fortschritt mit dir zugrunde legt und auch aufzeigt, wofür er gut ist. Dass man jedes Ziel mit dir erreicht. Dass man einfach den Weg, den du gehen möchtest, mit dir geht und dich unterstützt. Als neutrale Person, die unvoreingenommen ist und dir daher immer die besten Ratschläge gibt oder auch die besten Werkzeuge in manchen Situationen. Manchmal ist es eine E-Mail, die du nicht weißt, wie du sie beantworten sollst. Kommt Hilfe. Manchmal sind es Gespräche, die anstehen, wo du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Auch dort helfen Therapiegespräche und, und, und. Da gibt es zahlreiche Mechanismen, die man mitgeben kann und die deinen persönlichen Weg gehen. Und das geht eben nicht nach Schema F. Persönlichkeitsentwicklung geht niemals nach Schema F, weil wir alle unterschiedliche Individuen sind. Wir sind alle einzigartig und das macht meine Arbeit so spannend. Deswegen ist nie ein Coaching, was dem anderen gleicht. Das gibt es bei mir nicht. Und das macht es magisch. Warum macht es das magisch? Weil du weißt, das, was du bekommst, bekommt kein anderer. Diese Aufmerksamkeit, die du bekommst, bekommst du so speziell auf dich geschrieben, dass es gar nicht anders möglich sein kann, dir zu helfen. Sprich, in deinem Seelenprozess kann man dich entfalten lassen, weil man alles auf dich persönlich abstimmt. Energie arbeiten, Aufgaben zum Austüfteln, natürlich auch Wege, die du gehen musst, Ziele, die du erreichen möchtest. Und auch die Spiegelung mit dem eigenen Ego. Jeder hat andere Probleme, jeder hat andere Sorgen, jeder hat andere Ängste. Und das macht das Ganze ebenso spannend. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, meine drei Pfeiler des Coachings jetzt in ein großes Coaching zu stecken. Ja, wir haben die Selbstliebe, wir haben die Arbeit mit dem inneren Kind und wir hatten die Berufung. Und das war immer so ein bisschen Absell-mäßig. Aber ich habe mich ja dazu entschlossen, mit Freude entschlossen, dass ich gesagt habe, ich sehe das immer wieder. Jeder fängt mit der Selbstliebe an, man endet im inneren Kind und dann möchte man seine Berufung leben, weil man in seinem vollen Glück ist. Machen es einfach als Eigencoaching. So dauert der Prozess nicht so lange. Die Menschen müssen auch nicht so viel zahlen und jeder ist glücklich. Und genau das gibt es jetzt. Ab heute. Ab diesem Tag des Podcasts. Und warum solltest du das buchen? Weil es im März auch noch für 50% reduziert ist. Es kostet für 12 Monate 5000 Euro, aber für 50% reduziert. Also wenn du Lust hast, melde dich gerne. Du findest in der Infobox auf jeden Fall meine Webseite und da kannst du über das Kontaktformular sagen, hey Timo, ich möchte das neue Coaching, ich komme vom Podcast. Aber warum ein Coaching gut für dich sein kann, möchtest du auch noch wissen natürlich. Es gibt dir Unterstützung aus neutraler Sicht, hatte ich schon erwähnt. Und das ist ganz wichtig, weil kein Mensch voreingenommen sein wird. Man ist einfach in seiner Ruhe und man gibt dir somit die besten Tipps, um auch dich kritisieren zu können eventuell oder fördern zu können in manchen Situationen, wo du entweder mal über dich hinaus wachsen musst oder vielleicht auch mal zurückstecken solltest. Dann ist es natürlich das Persönliche, dass man sich dir anpasst, dass man für dich da ist, dass man dir zuhört. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu wissen, dass jemand da ist. Sicherheit. Sicherheit, Wertschätzung und Respekt. Und das in der Persönlichkeitsentfaltung, während Wunden heilen dürfen, ist einfach unumgänglich. Und deswegen denke ich, dass das auch das geilste Coaching ist, weil es gibt keinen Masterplan für everyone. Es gibt für jeden einen Masterplan, seinen eigenen Masterplan. Und den würde ich mit dir im Coaching gehen. Heute war es ein bisschen Werbung eventuell für meine Arbeit, aber natürlich auch für Coachings allgemein. Es gibt viele Coaches, die einfach nur Geld machen wollen und nicht so persönlich bei dir sind, die auch schon eventuell so viel Erfolg haben, dass du mit denen gar keinen Call mehr hast oder so. Sowas wird es bei mir nicht geben, obwohl ich erfolgreich bin. Bei mir ist es immer noch wichtig, dass wenn jemand zu Teamus Lichtblick kommt, die Leute auch Teamus Licht bekommen. Egal, wer aus meinem Team mit dabei ist, aber es ist immer unter mir. Man arbeitet immer mit mir zusammen. Und das ist das, was so wundervoll ist, weil ich denke, dass die Wärme des Menschen immer dann auch am nächsten wirken kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.